Das ist die Lifehacks-Show! Welcome to a Lifehacks-Show! Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist ein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Schmeurer! Ich bin ein riesen Airbnb-Fan. Und das nicht ohne Grund. Airbnb ersetzt die Hostels dieser Welt. Auf Airbnb findest du weltweit Wohnungen mit schnellem Internet zum günstigen Preis. Gehe jetzt auf www.dnx-berlin.de und du bekommst 30 Euro Reiseguthaben von mir geschenkt. Jo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge der Lifehacks-Show live aus der Weltmetropole Eiddorf. Und ich bin heute nicht alleine am Start. Ich habe mir einen richtig, richtig spannenden Gast rangeholt und eingeladen. Nämlich den lieben Christian Gurski. Hi Christian! Markus, hi! Ich freue mich, hier sein zu können. Ja, ich freue mich, dass du Zeit hast. Und ich freue mich, dass es jetzt endlich klappt. Ich weiß gar nicht mehr, wie oft wir unseren Termin verschieben mussten. Schande über meinen Haupt. Sorry dafür. Und umso cooler das jetzt klappt. Ich freue mich auch. Grüße zurück aus der Weltstadt Düsseldorf. Ach, wie geil. Düsseldorf ist ja meine Heimat. Und da bin ich dann, nachdem wir jetzt bald in Frankfurt sind und dann nochmal in Berlin, sind wir, glaube ich, so in drei, vier Wochen in Düsseldorf mal. Zwei Wochen, weil mein Bruder heiratet noch. Oh, cool. Das wird bestimmt eine große Party. Ich wünsche euch viel Spaß dafür. Man trinkt nicht so viel, ne? Ja, denke ich auch. Nee, ich mache gerade einen Detox. Ich bin jetzt so seit drei Monaten, habe ich jetzt keinen Alkohol mehr getrunken und ziehe das, glaube ich, auf jeden Fall auch noch weiter durch. Und auch noch bis nach der Hochzeit. Auf jeden Fall, das ist der Plan. Ah, okay. Tut dir bestimmt Körper... Tut auf jeden Fall sehr gut. Absolut, absolut. Ich kann es jedem nur empfehlen. Und das ist echt zu heftig, was du dir da alles oben wissentlich quasi reinschüttest und man sich selber vergiftet. Irgendwie geht halt nicht mehr klar. Vor allen Dingen nicht mehr in meinem Alter. Habe ich keinen Bock mehr drauf. All right. Wir beide haben uns ja beim lieben Gordon in Düsseldorf kennengelernt auf der Podcast-Helden-Konferenz, wo du neben mir auch Speaker gewesen bist zum Thema Neukundengewinnung. Das stimmt. Ich habe mich auch gefreut, dass wir uns da endlich mal kennenlernen konnten. Abends auch habe ich so ein bisschen alt getrunken und du warst ja auch noch abends mit uns unterwegs. War eine coole Veranstaltung von Gordon. Ja. Ja, ja, fand ich auch. Also wer sich... Genau. Wer ist deine Zielgruppe? Was sind das für Leute, die du berätst und die du coachst und für die du deine Dienste anbietest? Ja, ich arbeite im Kern mit Coaches, Trainern, Beratern. Also diejenigen, die ihr Wissen in Form einer Dienstleistung anbieten. Und helfe denen, über das Internet ihre Neukundengewinnung zu vereinfachen, zu beschleunigen, einfach besser zu machen. Wenn du jetzt also am Start bist und dein Wissen in der Dienstleistung, wie zum Beispiel ein Coaching-Training, umsetzen willst, brauchst du am Start natürlich ganz besonders zahlungskräftige Neukunden. Aber auch wenn du schon seit Jahren etabliert bist und von Empfehlungen und Networking im Wesentlichen deine Kunden generierst, dann lernst du ja mit der Zeit als etablierter Experte, dass es echt mühsam ist, Neukunden zu gewinnen. Meine Umfragen haben ergeben, dass Dienstleister, die selbstständig sind, in der Regel so 40 Prozent ihrer Arbeitszeit mit Vorbereitung, Akquise und Nachbereitung von Akquise beschäftigt sind. Also 40 Prozent ihrer Zeit damit verbringen, also 40 Prozent ihrer Zeit kostenlos arbeiten, denn Akquise ist harte Arbeit, um danach 60 Prozent ihrer Zeit mit bezahlter Arbeit verbringen zu dürfen. Das, finde ich, steht in einem echten Missverhältnis, gerade dann, wenn man jahrelang hart gearbeitet hat, um etwas wirklich gut zu können. Und da setze ich eben an mit dem, was ich über die Jahre im Online-Marketing gelernt habe, das für die Leute zu vereinfachen. Was ist so dein Background? Wo kommst du her und was hast du gemacht, bevor du dich selbstständig gemacht hast oder warst du schon immer als Unternehmer unterwegs? Ich habe Volkswirtschaft studiert, habe danach in Landesbankkonzernen gearbeitet, war für die Entwicklung und den Vertrieb und die Vermarktung von Leasing-Konzepten verantwortlich. Habe das, sagen wir mal, so gut gemacht, dass ich dann eben praktisch alle zwei Jahre den nächsten Karriere-Schritt erklimmen konnte und war am Ende dann Geschäftsführer für Vertrieb beim Immobilienvertrieb in dem Konzern Konglomerat, in dem ich eben tätig war. Das habe ich bis 2012 gemacht. Das war aber ein Geschäft, das extremst davon abhängig war, dass du selbst, aber auch deine Mitarbeiter, also ich selbst und meine Mitarbeiter, gut in Kaltakquise waren. Und das hat mir unfassbar wenig Bock gemacht. Ich fand das so ätzend, ich musste mich da den ganzen Tag irgendwie, ja, ich hätte fast gesagt, Prostituieren, um eine Neukunde zu gewinnen. Ich hasse es einfach, Menschen davon überzeugend zu müssen, etwas zu kaufen. Kaltakquise ist einfach Mist für mich, so, ich mag das nicht. Und bin dann dazu gekommen und habe gesagt, okay, gibt es ja nicht eine andere Formkommende. Ist das in Deutschland? Bitte, entschuldige. Warte mal, ist das, wenn ich da kurz einhaken darf, ist Kaltakquise oder Outbound, wie man es so kennt, ist das in Deutschland noch erlaubt, B2B-mäßig? Oder gibt es Unterschiede zwischen B2B und B2C? Das kommt, ja, das ist noch erlaubt. Also im Wesentlichen ist das noch erlaubt. Du darfst natürlich niemanden, du darfst die Daten nicht nutzen, wenn du die Daten nicht irgendwie akkribiert hast. Aber die meisten Großvertriebe sitzen ja auf einem riesigen Pool von Bestandsdaten aus altem Geschäft. Und solange dann ein Kunde nicht widerspricht, so war es jedenfalls in den Jahren, in denen ich da tätig war, zwischen 2010 und 2012, war es völlig legal, diese Daten zu benutzen. Heute ist es ja so, dass du das regelmäßig aktualisieren musst, dass du die Daten benutzen darfst. Aber das war damals, vor fünf Jahren, noch nicht die gängige Rechtsprechung im Datenschutzbereich. Heute ist das sicherlich was anderes. Ja, ich weise. Ja. Nee, mach du erst mal weiter. Sorry. Nichtsdestotrotz, das würde es ja nur erschweren, ich persönlich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass Kaltakquise mir keinen Spaß macht und habe eben dann angefangen, mich in dieses amerikanische Online-Marketing einzulesen, einzudenken, Blogs zu lesen, Podcasts zu hören und fand das echt geil, sich eine Webseite aufzubauen, die im Grunde dafür sorgt, dass die Kunden zu einem selbst kommen, sodass man ihnen nicht mehr hinterherjagen muss. Das hat mich so fasziniert, weil es mein eigenes Problem gelöst hat und habe dann eben gesehen, dass es viele Selbstständige gibt, die dieses Problem auch haben und habe das dann eben in meine Trainings, Coachings und Beratungen überführt. Cool, das klingt auf jeden Fall super, super spannend, wenn man eine Webseite baut und die Kunden kommen dann von selbst zu dir. Wie erfahren denn dann die Kunden von deiner Webseite? Naja, ich meine, du bist ja mindestens genauso ein großer Online-Marketing-Experte wie ich, deswegen weißt du es und wahrscheinlich auch viele deiner Zuhörer selbst sehr gut, dass es ja die unterschiedlichsten Traffic-Quellen gibt. Das Wesentliche für mich ist aber nicht, dass man alle Traffic-Quellen bespielt, sondern das mich zuerst im ersten Schritt mal fragt, wer ist denn mein Avatar, wer ist mein idealer Kunde, wer ist mein Wunschkunde? Und wenn ich den klar umrissen habe, also in eurem Falle junge Menschen, die sich gerne ortsunabhängig selbstständig machen wollen und damit erfolgreich sein wollen, dann ist eigentlich die davon abgeleitete Frage, wo im Netz halten die sich auf? Gucken die YouTube, lesen die Blogs, hören die Podcasts? Kann man die bei Facebook über eine Ad erreichen? Also diese strategische Frage in Anlehnung an die Frage, wen will ich eigentlich als Kunden gewinnen, muss man dann beantworten und dann dahin gehen, wo die Leute sind. Das heißt, du berätst dann auch die ganze Klaviatur, sämtliche Online-Marketing-Kanäle, die man bespielen kann, sei es jetzt Facebook, Instagram, Google AdWords, Podcast, YouTube, was du gerade alles genannt hast. Genau, die Eigenarten der Traffic-Kanäle sind mir bekannt. Ich habe zum Beispiel Coaches, die sehr gerne im ersten Schritt einen YouTube-Kanal gründen wollen. Und die Analyse des Gesprächs, wer ist dein Kunde, wie ticken die, was machen die den ganzen Tag, hat einfach ergeben, dass die null Zeit haben, bei YouTube Videos zu gucken. Also war dann der strategische Schwenk hin vom Videocontent, den die Zielgruppe nicht konsumieren kann, hin zu Audiocontent. Und dann wurde ein Podcast daraus, weil die Zielgruppe natürlich im Auto fährt und natürlich daran interessiert es sich, sich in einem wettbewerbsintensiven Umfeld weiterzubilden. Und dafür nutzen solche Menschen einfach, die auf der Karriereleiter nach oben wollen, gerne Podcasts, um diese typischen Wartezeiten, Autofahren, Bügeln, Joggen, einfach mit Kopf-Input, mit Brain-Input zu füllen. Also so gehen wir da einfach ran und sagen, ist es realistisch, dass du deine Zielgruppe so erreichst? Wenn ja, toll. Wenn nein, was wäre eine Alternative? Und in dem Falle war es dann eben die Alternative, dass der Schwenk weg vom YouTube-Kanal hin zum Audio-Podcast ging. Das mal als ein Beispiel dafür, dass man über das Video-Tisch rangehen sollte. Ja, du selber hast ja auch einen erfolgreichen Podcast gestartet. Es liebt von dir, dass du das sagst. Ja, das stimmt. Merkst du dann auch, dass das genau das richtige Medium ist, um an neue Kunden zu kommen? Also nutzt du dann bewusst auch deinen Podcast, um eine Neukundenerquise zu machen? Ja, das tue ich. Der ist ja extra dafür gegründet worden. Ich habe zu der Zeit, als ich mich selbstständig gemacht habe, eben darüber nachgedacht, soll ich wie alle anderen einen Blog starten. Ich mag aber das Schreiben von Blogposts nicht. Mir fällt dieser Prozess nicht so leicht. Ich brauche einfach viel zu lange, um guten Text mit meinen dicken Fingern in die Tastatur einzuhauen. Auf der anderen Seite rede ich gerne mit Menschen. Ich bin dann über einen Podcast, Blogcast FM von Srinivas Rau gestolpert damals in 2012 und das fand ich cool. Also Text ist nicht so meins, aber Audio finde ich gut. Ich habe dann eben Unternehmer FM in 2013 gestartet als Interviewformat, ähnlich wie du das jetzt hier machst. Und das hat mir geholfen, die Menschen zu erreichen, die ich über YouTube, aber auch damals noch nicht über Facebook erreichen konnte. Und die haben mich dann eben angerufen. Ich habe davon erzählt, wie ich arbeite, mit wem ich arbeite, habe dann eben meine Webseite genannt und dann kamen die vereinzelt am Anfang, dann mehr die Kontaktanfragen von Menschen, die mit mir eben arbeiten wollten. Das war für mich damals eine gute Sache, weil meine Zielkunden arbeiten ja den ganzen Tag in der Akquise oder arbeiten mit Kunden. Die sitzen da nicht und gucken sich YouTube-Videos an. Das ist nicht meine Zielgruppe gewesen zu der Zeit. Also war die Entscheidung für das Audioformat schon genau richtig. Und das war dann 2013, hast du gesagt, oder 2012? 2013 ist er an den Start gegangen. Krass, was du jetzt vierjähriges. Das stimmt, ja. Danke dir. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Glückwunsch dazu. Flasche auf jetzt. Urgesteine kann man fast schon sagen. Obwohl vier Jahre erstmal nicht lang klingen, aber in der Podcast-Welt, gerade so jetzt die zweite Welle, wo ich dann glaube ich so auch voll mit reingeraten bin, so vor zwei Jahren, dafür bist du ja dann jemand, der schon noch länger mit am Start ist und noch beständiger podcastet. Siehst du da auch irgendeine Veränderung so in den letzten vier Jahren beim Podcasten und den Podcasting-Kollegen? Ja, also ich glaube, dass das Thema Nische und Zuspitzung des Avatars heute viel, viel wichtiger ist als damals, weil es einfach damals kaum deutschsprachige Podcasts gab. Wenn es zehn deutschsprachige Business-Podcasts waren, dann waren das glaube ich viel. Das heißt, die, die wir damals gestartet sind, wir haben uns die Hörer geteilt. Die Hörer haben einfach alle abonniert und alle gehört, weil dafür die Zeit da war. Ja, und heute ist das völlig anders. Also ich habe zum Beispiel einen Kunden, der Führungskräftetrainer ist, ähnlich wie Bernd Gerob. Ich glaube, dessen Episode, dein Gespräch mit Bernd ist heute on air gegangen in deinem Podcast. Genau. Da gibt es ja jetzt, Bernd war der Erste damals in 2013 und heute gibt es glaube ich 15, schätze ich mal, deutschsprachige Führungspodcasts. Ist das schlimm? Ja, wenn ich einfach nur einen Führungspodcast mache, weil dann erreiche ich niemanden mehr. Bin ich aber in einer speziellen Nische, dann erreiche ich meine Führungskräfte. Denn wie viele Führungskräfte gibt es in Deutschland? 30 Millionen? Ja, nee, vielleicht nicht so viel. Sagen wir mal, 10 Millionen Menschen arbeiten und haben eigene Mitarbeiter, die sie führen müssen. Und wenn die sich weiterbilden, dann ist da Platz für 15 Podcasts. Aber dieser Podcast muss heute noch mehr in die Nische gehen. Früher, ganz am Anfang, hat Bernd in 2013 einfach mit einem allgemeinen Führung auf den Punktgebracht-Podcast alle erreicht. Das würde heute, glaube ich, nicht mehr so einfach funktionieren. Und ich sehe es auch immer so, das schafft ja auch immer Aufmerksamkeit und Awareness für das ganze komplette Thema. Also es gibt natürlich jetzt auch schon mehrere Podcasts zum Thema digitales Nomadentum. Und ich bin wirklich über jeden dankbar, der irgendwas in, sag ich mal, in unserem kleinen Mikrokosmos macht. Sei es jetzt auch irgendwelche Retweets starten oder Meetups oder Events oder ein Podcast oder YouTube-Channel oder ein Blog. Weil das natürlich dann auch wieder die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass irgendjemand genau mit diesem Thema in Touch, in Kontakt kommt. Und sobald du auch gut bist und guten Content in deiner kleinen Welt machst, dann werden sie früher oder später auch auf Markus Meurer oder die DNX stoßen. Ja, richtig. Also insofern ist das immer so ein Win-Win. Ja, finde ich cool. Das ist ja auch der Grund. Ich weiß nicht, ob ich die kleine Anekdote erzählen darf, warum Burger King, als sie vor Jahren den deutschen Markt erobern wollten, sich die Grundstücke gekauft und gepachtet haben in direkter Nachbarschaft zu McDonalds. Weil das ändert die Frage im Kopf des potenziellen Kunden. Dann ist die Frage nicht, also fahre ich an einem McDonalds vorbei, frage ich mich, will ich da jetzt dieses Fast Food essen oder nicht? Und die psychologischen Verkaufsstudien zeigen, wenn ich an einem McDonalds und einem Burger King vorbeifahre, ist die Frage nicht mehr, esse ich jetzt bei McDonalds ja oder nein, sondern die Frage ändert sich in ein, esse ich bei McDonalds oder Burger King? Das heißt, die Entscheidung, ob ich anhalte und was schlechtes Fast Food in deinen Augen, in meinen Augen auch esse, ist eine andere geworden. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum Wettbewerb eine gute Sache für alle Beteiligten ist, weil sich einfach die Kunden dann nicht mehr fragen, ob ich kaufe, sondern nur noch, bei wem kaufe ich. Deswegen sehe ich das so, wie du, was ich noch relativ jung ist, eure Bewegung ist ja, muss man so sagen, ja noch nicht so alt. Die technischen Möglichkeiten sind ja noch sehr jung. Aber ihr habt da eine glänzende Zukunft und jeder neue Podcast, der sich an ortsunabhängig oder an Menschen, die sich für ortsunabhängiges Arbeiten interessieren, richtet, tut eurem Geschäft auch nur gut. Ja, absolut. Und ich gehe ja auch davon aus, dass die meisten Leute, die einen Podcast, einen Blog oder einen YouTube-Channel starten, intrinsisch getrieben sind und passioniert sind zu dem Thema. Und insofern kann es ja dann auch gar nicht genug Informationen genau zu seinem Leidenschaftsthema geben, weil das dann natürlich dann auch wieder hilft, die Welt an sich global noch mehr darauf aufmerksam zu machen. Finde ich cool. Ja, finde ich auch richtig cool. Deine Zielgruppe sind jetzt bewusst auch andere Unternehmer, Freelancer und Coaches. Also nicht direkt B2C, sondern du bewegst dich dann auch im B2B-Umfeld. Richtig, genau. Das ist eben so. Also ich helfe ja Menschen, das Marketing zu vereinfachen und ein Endkunde braucht kein Marketing. Das sind wirklich Leute, Steuerberater, Handwerker, aber vor allen Dingen eben die Menschen, die was in der Birne haben und das eben an andere Kunden weitergeben wollen. Sei es eben zum Beispiel ein Freelancer, der mehr Kunden für sein Webdesign-Thema haben möchte. Sei es ein Personalberater-Coach, der andere Personalberater trainiert, mehr Kunden zu gewinnen, also mehr wechselwillige Kandidaten, aber auch mehr Firmen, die Positionen besetzen, akquirieren will. Denen helfe ich halt, dass da mehr Geschäft reinkommt, die Pipelines sich füllen und es einfacher wird einfach. Schneller neue Kunden zu gewinnen und dadurch eben die Margen zu heben, weil, machen wir uns nichts vor, es ist extrem hart auf die ersten, ich will mal sagen 60, 80, 100.000 Euro Umsatz zu kommen. Und da leben viele aufgrund des riesigen Kostenblocks. Du musst dich selbst versichern, du hast Kosten, vielleicht sogar Bürokosten am Hintern. All dieser ganze Kleinkram, der da zusammenkommt, wenn man sein eigenes Business gründet, da darf man sich nicht in der Tasche lügen. Das ist schon viel Geld und nur, wenn ich Rechnung bezahlen kann, kann ich eben auch weiterhin selbstständig sein. Also das ist, sehe ich schon so, dass es eine wichtige Sache ist, den Menschen zu helfen, da Zeit zu sparen bei der Neukundenakquise. Du hast jetzt gerade von einem Handwerker gesprochen. Gibt es denn durchaus auch einige, sag ich mal, aus der Offline-Welt, aus dem Brick-and-Mortar-Business haben und sagen, ich muss endlich auch mal online sichtbarer werden und landen die dann auch bei dir? Die landen weniger bei mir, weil ich mich in meinem Marketing nicht darauf spezialisiere. Und wen du in deinem Marketing, wir sprachen ja gerade auch von Wunschkunden, nicht adressierst, der fühlt sich auch nicht unmittelbar angesprochen. Es gibt den einen oder anderen, mit dem ich arbeite, der ein Brick-and-Mortar-Business hat, aber das ist nicht meine Zielgruppe. Hintergrund ist, dass man einfach gucken sollte, ich eben auch, also ich sollte ja meinem eigenen Rat, den ich meinen Kunden gebe, auch selber folgen, dass ich für meine Zielgruppe einfach der Nummer-Eins-Experte in deren Kopf werden will und werden muss, damit die an mich denken, wenn die eben ein Marketing-Training oder eine Marketing-Beratung brauchen. Es gibt den einen oder anderen Einzelfall, aber im Kern sind es tatsächlich Menschen, die eine Wissensdienstleistung erbringen. Was würdest du, wenn man das so pauschal sagen kann, jetzt für das Jahr 2017 als Low-Hanging Fruit oder als Quick-Win oder Golden Nugget bezeichnen, vielleicht so einen Kanal, der vielleicht noch völlig unterschätzt wird und in fünf Jahren gar nicht mehr bezahlbar ist, aber wo man dann heute vielleicht viele Wins erzielen könnte. Gibt es sowas? Als Marketing-Kanal? Ja, als Online-Marketing-Kanal. Die Antwort ist einfach, das sind Facebook-Live-Videos mit dem Ziel einfach, weil Bild und Ton zusammen, also Video ist noch immer das beste Medium, seine Zielgruppe zu erreichen. Die Frage ist also, wenn die Zielgruppe, an die du jetzt denkst, auf Facebook ist, dann ist ein Facebook-Live-Video sicherlich im Moment das Beste, um eben eine Audience aufzubauen. Du weißt ja sicherlich und deine Zuhörer sicherlich auch, dass die Menschen, die dann dieses Live-Video sehen, von Facebook gepixelt werden, in eine Audience kommen und du kannst sie dann mit Retargeting-Ads, also mit Werbeanzeigen auf Facebook dann nochmals ansprechen, nachdem sie das Video gesehen haben. Und das zu nutzen, um eben zum Beispiel die eigene E-Mail-Liste zu füllen, ist meiner Meinung nach ein Must-Have, wenn man eine Zielgruppe hat, die auf Facebook aktiv ist. Und das wird in fünf Jahren, wie alles bei Facebook, wahrscheinlich sehr viel teurer sein, als es das heute ist, weil immer mehr Menschen eben erkennen, das ist heute günstig, das ist heute angesagt, das funktioniert heute. Und es gibt diesen alten Spruch, Marketers will ruin everything. Und so ist es eben auch, dass Marketer sich diese systematischen Vorteile, die Abitragegewinne in so Systemen wie Facebook dann zunutze machen und dadurch steigt es einfach ins unermesslich teure. Und dann guck dir das an, Google AdWords vor zehn Jahren, wenn du da Versicherungen promotet hast, hast du fünf Cent pro Klick bezahlt, heute zahlst du für eine E-Mail-Adresse 50, 60, 80 Euro. Also das sind schon massive Preissteigerungen. Und das ist bei Facebook Live-Videos im Moment eben, weil es noch so wenig Menschen machen, in 2017 sicherlich eine gute Idee da anzufangen. Stark, danke für den Tipp, danke, dass ich es hier rausgekommen habe. Ich wäre sicher gewesen, dass du schon viele Facebook Live-Videos selbst machst. Ehrlich gesagt steht das auf unserer Agenda auch immer ganz weit oben, aber dadurch, dass wir da gerade nicht hinterherkommen, ist es eins der Themen, was wir aber auf jeden Fall angehen wollen. Nicht nur Facebook Live, sondern auch Instagram Live oder Webinare. Wie würdest du die Kanäle so nebeneinander stellen? Was würdest du mir empfehlen? Welche Kanäle? Was meinst du? Wir wissen Instagram Live, Facebook Live und Webinare. Also ich würde immer danach gehen, wo, würde erstmal versuchen, einen Marketing-Kanal zu meistern. So wie du jetzt mit dem Lifehacks-Podcast das Thema Podcast zumindest so gut beherrschst, dass deine Zielgruppe ihn findet, ihn gerne hört, weiterempfiehlt. Also erstmal ein Medium, einen Kanal meistern und dann das nächste meistern und da wäre meiner Meinung nach für den deutschsprachigen Markt, wenn ihr euch an den, ich weiß, ihr habt nicht nur deutschsprachige Zielgruppe, aber wenn du an deine deutschsprachige Zielgruppe denkst, dann würde ich da wirklich mit Facebook Live als nächstes gehen und das so lange machen, bis es echt sich auch rechnet. Also es nur zu machen, um auch da präsent zu sein, bringt nichts, sondern es sollte tatsächlich auch, du bist Unternehmer genau wie ich, sich auch finanziell rechnen und nicht nur Spaß machen. Und wenn das erreicht ist, dann das nächste Netzwerk. Ich glaube, dass die Instagram Live-Geschichten noch zu sehr in den Kinderschuhen sind, um da heute eine valide Aussage zu treffen. Okay, dann gehen wir mal weiter in das Beispiel rein. Du machst ein Facebook Live-Video, hast eine Audience erreicht, 20, 30, 40 Leute haben zugeguckt, daraus wird ja dann automatisch dann eine Audience created, die du dann über Facebook-Ads wieder bespielen kannst und dann war ja dein Ansatz, die zu E-Mail- oder Newsletter-Subscribern zu konvertieren. Genau. Also das würde ich so tun? Wie genau würdest du die Ad dann zum Beispiel aufsetzen, die dann diesen Leuten vom Facebook Live ausgespielt wird? Naja, das kommt ja darauf an, wie dein Verkaufstrichter aufgebaut ist. Nehmen wir an, du hast einen bestimmten Lead-Magneten, also die fünf Schritte oder du hast, glaube ich, sieben Punkte. Nehmen wir mal an, du hättest ein PDF. Sieben Erfolgsgeheimnisse. Genau, du hast einen Lead-Magneten, das sind Erfolgsgeheimnisse. Wenn ich den haben will, muss ich dir meine E-Mail-Adresse anvertrauen. Dann gehst du nicht hin und sagst, ich habe hier ein Facebook Live-Video und jetzt gucke ich mal, wie der Lead-Magnet da reinpasst, sondern umgekehrt. Du hast einen Lead-Magneten und baust dir die Themen für deine Facebook Live-Videos strategisch darauf auf, sodass es praktisch sinnvoll ist, wenn ich das Video geguckt habe, mir dann im nächsten Schritt die sieben Dinge herunterzuladen. Zum Beispiel könntest du ein Facebook Live zu dem ersten Schritt oder dem ersten Element machen und sagen, ich habe noch sechs weitere für euch. Dazu geht ihr eben auf markusmeurer.de oder livex.co slash download, um jetzt mal einfach ein Beispiel zu nennen. Und machst praktisch den Lead-Magneten zum logischen nächsten Schritt des Contents in deinem Video, sodass die Leute einfach nahtlos die Lust entwickeln, sich das runterzuladen. Und dann kannst du praktisch targetieren, wer sich das Video angesehen hat, aber noch nicht den Lead-Magneten genommen hat. Denen schickst du eine Ad mit Link zur Landingpage. Und was ich im zweiten Schritt tun würde, ich würde die eigene E-Mail-Liste bei Facebook hinterlegen, klammern wir jetzt mal datenschutzrechtliche Themen aus, Klammer zu, und mir deine Lookalike-Audience deiner E-Mail-Liste in Facebook anlegen und denen eine Ad auf das Video schicken. Sodass du praktisch nicht nur organisch Leute hast, die dein Video sehen, sondern auch Menschen, die demografische Zwillinge deiner E-Mail-Liste sind, bezahlst dafür, dass sie sich dieses Video ansehen. Und dadurch, dass sie sich das Video ansehen, triggerst du wieder die erste Ad, die sie dann auf die Landingpage führt. Und so hast du im Grunde, solange die Klickpreise das mitmachen, ein System, das dauerhaft laufen kann. Menschen gucken organisch dein Video, kriegen eine Ad auf die Landingpage, tragen sich ein, dadurch kommen sie in die E-Mail-Liste. Die Lookalike-Audience bei Facebook bildet demografische Zwillinge deiner E-Mail-Liste und das ist dann eine Ad auf kalten Traffic auf dein Video. So hast du diesen zweistufigen Prozess einfach, den du je nach Werbebudget optimieren kannst. Ich hoffe, ich konnte das in den kurzen Minuten deutlich machen, wie das System so ineinander greift. Ja, richtig smart. Ich habe auf jeden Fall fleißig mitgeschrieben. Lass mich bitte wissen, wie es läuft, weil das ist im Moment so die gute Strategie, um einfach Facebook zu monetarisieren. Ja, lass dich auf jeden Fall wissen. Ich nehme das morgen in unser Check-in mit. Feli wird das dann besprechen und dann entsprechend bei uns irgendwo einkippen und sehen, dass wir da selber jetzt Facebook-Ads aufsetzen, beziehungsweise erstmal das Facebook-Live planen. Ich sehe jetzt auch bei vielen Leuten, dass man die Facebook-Lives vorher ankündigt und gar nicht mehr so spontan macht, wie vielleicht noch vor einem Jahr. Kannst du dazu was sagen? Da kann ich selber aufgrund von mangelnder eigener Mengen Erfahrungen, also ich habe das noch nicht so oft in Form eines Split-Tests untersucht, um da eine valide Aussage treffen zu können. Ich persönlich glaube, dass es auf dein Publikum ankommt und ich glaube, dass es in deiner Falle nicht relevant ist, weil ihr arbeitet ja mit sehr freiheitsorientierten Menschen und wenn die frei haben, dann machen die ihr Ding, Kitesurfen oder Tauchen oder Lesen und sich weiterbilden und dann sind sie vielleicht auch reaktiv, wenn dann spontan bei Facebook was aufpoppt. Aber was für deine Zielgruppe sicherlich auch wichtig ist, ist, dass wenn sie arbeiten, dass sie sich dann, egal was kommt, nicht von ihrer Facebook-Timeline ablenken lassen. Insofern, wenn du jetzt für morgen 12 Uhr ein Facebook-Live-Video ankündigst und ich als digitaler Nomade habe da gerade irgendwie einen Skype-Call mit dem Kunden, klar geht dann der Skype-Call vor. Aber bin ich ab 14 Uhr, 16 Uhr frei und du poppst in der Timeline auf mit einem Live-Video, dann gucke ich dir bestimmt zu. Also ich glaube, dass es in deine Falle nicht relevant wäre und keinen großen Unterschied machen würde. Wohingegen Leute, die, ja ich sag mal, Angestellten den Weg in die Selbstständigkeit bereiten, die werden zwischen 9 und 17 Uhr mit angekündigten Livestreams nicht so viele Leute in die Videos ziehen, weil die eben dann ihrem Tagesjob nachgehen. Also das muss man auch da wieder, aber man kann ja immer noch ein, ja sprichst du erstmal aus. Ich wollte nur sagen, das kommt auch da wieder auf die Intimbekenntnis der Zielgruppe an. Wann haben die Zeit, sich mit Facebook zu beschäftigen? Ja, point taken, got it. Wobei es aber auch so ist, dass man Facebook-Lives durchaus auch nochmal als Replay abspielen kann. Richtig, genau. Das bleibt in der Timeline und je nachdem, also die genauen Modalitäten kennt man nicht, aber wichtig ist, dass wenn du live streamst, du es schaffst, möglichst viel Engagement, also Shares, Comments, Likes zu produzieren. Dadurch steigt dein Livestream während der Zeit des Livestreams in den Timelines der Leute nach oben. Und das ist eben praktisch das Engagement, dass dann auch die Replays, ja ich sag mal, mengenmäßig öfter ausspielt und das dann auch dazu führt, dass wenn du das Replay bewerben solltest, deine Klick- und Viewpreise sinken. Einfach weil Facebook weiß, da ist Content, den haben die Leute schon während des Livestreams gut gefunden. Profis gehen dazu über, wie ich das beobachte, dass sie zum Beispiel inzentivieren, wenn Leute jetzt hier kommentieren oder teilen. Ich habe das jüngst gesehen, da macht jemand ein halbstündiges Q&A zu seinem Thema und sagt den Leuten, teilt bitte während dieser halben Stunde diesen Livestream und am Ende verlost der einen Preis unter allen, die das während dieser halben Stunde geteilt haben. Also hat der dann 50 Shares in der halben Stunde generiert, verschenkt der, ich sag jetzt mal, einen E-Book oder einen Gratis-Kurs an eine dieser 50, die geteilt haben. Einfach mit dem Hintergrundwissen, dass er während der Zeit des Livestreams möglichst viel Engagement produzieren muss. Und dann hast du einfach viel gewonnen, weil das Livestream wird organisch mehr ausgeliefert und deine Klickpreise für eine anschließende Ad sind günstiger, weil Facebook ja weiß, dass es guter Content ist. Wenn du eine Stunde redest und keiner kommentiert, keiner liked, dann weiß Facebook genauso gut wie du. Das war wohl ein Schuss in den Ofen. Ja, sauspannend. Sauspannend, das ganze Thema. Ja, das stimmt. Also das wird noch kommen und ich glaube, dass du eine sehr Facebook-lastige Zielgruppe hast und da meiner Meinung nach leichtes Spiel haben dürftest. Und die Facebook-Lives, kann man die auch als Gruppenbetreiber starten oder dann immer als Seite? Du kannst sie aus deinem persönlichen... Aber im Grunde ist ja die Seite der Gruppenbetreiber, ne? Ja, das kannst du ja im Moment, glaube ich, noch wählen. Ich glaube, dass das dazu übergehen wird, aber das ist nur Spekulation. Du kannst die auf deinem persönlichen Profil kannst du streamen, auf deiner Page und du kannst in die Gruppe streamen. Was ich tun würde, ich würde auf der Page... Aber dann ist geschlossen, ne? Genau. Aber was ich tun würde, ich würde auf der Page streamen und das dann in die Gruppe teilen. Ja. Ja. Ja, ja. Würde ich, glaube ich, auch so machen. Weil, ähm, klar will man... Also das kommt ja darauf an. Wenn ich neue Leute erreichen will, bringt es nichts, in die Gruppe zu streamen. Will ich für meine Gruppe was tun, im Sinne von Bindung der Leute? Vielleicht hat man irgendwie eine Challenge oder eine Tagesaufgabe oder einen Morgenimpuls. Das kommt halt darauf an, was du dann eben an das Call-to-Action hast, ne? Wenn du den Leuten was geben willst, worüber sie nachdenken sollen, wäre vielleicht die Gruppe besser. Wenn du Leute auf deine Konferenzen hinweisen willst, dann wäre wahrscheinlich das Streaming auf der Page sinnvoller. Ja. Ja, was werden zum Beispiel smarter Content, ähm, wo du halt nicht einfach stumpf deine Konferenzen oder ich meine unsere Konferenzen pitchen will, sondern irgendwie erstmal echt viel, viel Mehrwert liefern, um dann smart oder wenn überhaupt die Konferenzen dann auch ähm, einstreuen zu lassen. Also was würdest du dir, was würdest du mir empfehlen? Soll das so Edutainment sein? Soll das gleich mal Livestreaming von den Events sein, von einem Camp oder ganz einfach wie Feli und ich spazieren gehen in Eidorf? Was könnte das für Content sein? Ja, das könnte alles von dem genannten sein. Ähm, ich persönlich glaube, dass die, die, ähm, Leute, die in deiner Community sind, zwischen den Konferenzen, also zwischen den, ja, ich sag mal einmal im Jahr eine Konferenz besuchen, extrem danach suchen, mehr und mehr Lifestyle-Elemente aus deinem Lifestyle in ihren Lifestyle zu integrieren. Und ich glaube, dass, wenn du dann einfach nur drei bis fünf Minuten über einen Live-Hack als Livestream berichtest, dass die Leute das aufsaugen werden. Also wie, wie sind meine Anfänge gewesen? Was waren die ersten Schritte? Wie baue ich mir ein ortsunabhängiges Business auf? Aber nicht die ganze Klaviatur von A bis Z, sondern wirklich kleine, verdauliche Häppchen, dass das extrem ziehen würde, ja. Das würde ich tun. Ich würde das gar nicht so auf die Konferenz beziehen. Ähm, ich würde natürlich, wenn die Konferenz, ähm, wenn du Card Open hast für die Konferenz, dann kannst du natürlich auch Promo-Videos machen. Das ist, glaube ich, das Verhältnis, wie im E-Mail-Marketing, ne? Da hat man früher gesagt, sieben E-Mails Content, eine E-Mail Sale. Ich denke, das Verhältnis kann man hier auch benutzen. Ja, oder irgendwie smart einbauen, dass du sagst, ich muss jetzt auch gleich weitermachen. Nächstes To-Do ist, keine Ahnung, die Speaker-Updaten für das Event in Lissabon. Ja. Und dann hast du es nochmal so trocken lassen. Ich glaube, dass das auch inzwischen ein bisschen abgegriffen ist, aber wenn man das, oder ich sag mal, gedrosselt einsetzt, nimmt einem das keiner übel. Ja, oder was vielleicht spannend ist, ist wirklich mal so ein Blick über die Schulter, dass du dann dein Projektmanagement-Tool aufmachst, ActiveCollab, und dann die Leute sehen, was da gerade alles im Background abgeht, vor so einem Event oder einer Camp. Zumal ihr es ja einfacher habt, ne? Ihr lebt, oder, ja doch, ihr lebt hier an den schönsten Orten der Welt, und da brauchst du eigentlich gar nicht viel, weil der Hintergrund des Videos ja schon eine ganze Menge Eindruck macht. Wenn ich hier aus meinem Homeoffice streame, dann ist das bei weitem nicht so sexy, irgendwie mir über die Schulter zu gucken, als wenn ihr da sitzt, eben in Badeklamotten hinter euch das Meer, den Lifestyle einfach repräsentiert. Da habt ihr es viel einfacher. Ja, ja, du hast mir gerade echt Mut, dass wir es endlich mal angehen sollten. Ehrlich gesagt bin ich überrascht, weil das ist in meinen Augen, ich kann mich irren, ich irre mich auch ab und an, aber da bin ich mir sehr sicher, dass ich mich nicht irre, dass das von der Zielgruppe her passt und einfach auch von den Locations, in denen ihr streamt und auch vom Content, den ihr habt, meiner Meinung nach ein No-Brainer ist. Ja, kann man denn, würdest du professionell streamen oder so authentisch wie möglich mit einem verwackelten iPhone-Bild oder sollte man sich dann schon irgendwie die Zeit nehmen und das über den Desktop machen, beziehungsweise kann man da sogar auch externe Kameras anschließen, um zu streamen? Ja, du kannst ja aus der Facebook-App direkt heraus streamen, vom Desktop und vom Mobile. Das heißt, Tablet geht, Handy geht, Desktop geht. Es gibt auch fest installierte Kameras, die man eben mit der App verbinden kann und dann streamen kann. Das kommt aber dann natürlich auf die Kamera an. Die Frage ist da, richtest du dich an Menschen, die, ja, hast du einen Avatar, der du vor fünf Jahren bist oder hast du einen B2B-Kontext, wo du an Firmen verkaufst? In deinem Fall ist es klar, dein Avatar sind Menschen wie du vor fünf Jahren. Ich denke jedenfalls, dass du im Kopf Menschen hast, die du inspirieren willst, den Weg zu gehen, den du gegangen bist. Insofern glaube ich, dass Augenhöhe wichtig ist. Und dann ist die Frage, haben die Menschen, an die du dich richtest, ein professionelles Studio zu Hause? Nein. Haben sie ein Smartphone? Ja. Da wäre mein Rat, nutze das Smartphone, also nutze die Technik, die dein Avatar auch zur Verfügung hat. Deswegen finde ich es überhaupt nicht schlimm, wenn das ein verwackeltes Video ist, weil dein Avatar hat eben auch kein professionelles Studio zu Hause. Das ist das, was man halt Augenhöhe nennt an der Stelle, technische Augenhöhe. Den Leuten jetzt irgendwie professionelle Videos vorzusetzen, macht ihnen vielleicht nur Angst, weil sie sich eben auch, sich selber auch in so einem Profi-Studio sehen müssten, um das zu machen, was du tust. Und das ist ja nun mal gerade nicht so. Es geht ja bei euch um Leichtigkeit, um einfache Dinge. Es geht ja darum, die Dinge unkompliziert zu machen, damit sie in den Rucksack passen. Ja, absolut. Unkompliziert und unkonventionell und agil und flexibel und quick and dirty. Ja, sau spannend. Und was würdest du mir empfehlen, wenn du einen Stream startest und dann kommen die Leute ja erst so irgendwie tröpfchenweise rein, dass vielleicht zwei drin sind, dann vier, dann fünf, dann sechs. Gibt es manche Leute, die warten oder lassen irgendwie einen Countdown runterlaufen oder der Eckart Tolle, der atmet erst mal zwei Minuten in seinen Videos, bis er loslegt? Oder würdest du dann an meiner Stelle voll reingehen und die, die später kommen, kriegen den Content dann halt halb mit und können vielleicht das Replay dann vom Anfang nochmal gucken? Ganz zu Anfang war es so, dass wenn du live gegangen bist, weil kein anderer live gegangen ist, dass du ganz, ganz viele organische Views schon im Stream hattest. 100, 200, 300, 400. Heute ist live gehen auch schon wieder üblich geworden, sodass ich nicht damit rechnen würde, sehr viele Live-Zuschauer zu haben. Und das bedeutet, dass wenn du dann am Anfang sagst, okay, jetzt warten wir mal, bis alle da sind, so wie in so einem Webinar, dass das einer Meinung nach nicht clever ist, weil du viel, viel mehr Leute haben wirst, die das Replay gucken, als Leute, die dir live zuschauen. Und deswegen würde ich am Anfang eines Live-Streams nicht an die Live-Stream-Zuschauer denken, sondern an praktisch Content live produzieren, aber mit dem Blick von Leuten, die das Replay gucken, weil das, gerade wenn du es bewirbst, ja ein überdimensional großer Anteil von Leuten ist. Also ich würde reingehen und sagen, hier ist das Thema, wenn ihr jetzt teilt, dann passiert am Ende Folgendes, also zum Beispiel eine Verlosung. Mir geht es aus diesem und diesem Grund um das Thema. Ich würde versuchen, auch nochmal zu sagen, wer bin ich, was mache ich, warum ist es wichtig, mir zuzuhören, also dich selber und dein Projekt, deine Mission zu pitchen, weil du ja ganz, ganz viele neue Kontakte erreichen willst. Aber ich würde nach spätestens 30 Sekunden in das, ja in das, also wie nennt man das, Fleisch an Knochen bringen und in die Sache einsteigen. Das würde ich schon sagen. Ich würde sagen, hallo, darum geht es. Hier ist die Call to Action zum Teil. Mein Name ist Markus Meurer. Ich bin bekannt als der Gründer von DNX, weil, warum ist es wichtig, wie ändert sich dein Leben, wenn du mir zuhörst und du bist noch 30 Sekunden im Thema. Und dann kann das Thema sein, wie du mit der linken Hand den rechten Schuh binden kannst. Das war jetzt fiktiv und ein blödes Beispiel, aber wirklich dann sofort ins How-To reingehen oder was auch immer dann das Thema deines Livestreams ist. Ich würde echt aus Sicht der Replay-Zuschauer gucken und sagen, wenn die auf Replay, also auf Play im Replay klicken, dass sie von Anfang an diesen Hook erleben und sagen, ja, ich bin drin. Ich kenne den Markus nicht, aber ich höre ihm jetzt mal fünf Minuten zu. Hoffentlich dann auch länger. Ja, je nachdem, wie lange dein Video ist. Und das Schöne bei Facebook ist einfach, dass diejenigen, diejenigen, die die Videos angesehen haben, in gewisser Weise segmentieren. Also erst mal kriegen sie ein Pixel, wenn sie mehr als drei Sekunden schauen. Wer weniger als drei Sekunden schaut, den kannst du auch gar nicht retargeten. Ist jedenfalls zu Zeitpunkt des Gesprächs nicht möglich. Und dann gibt es halt prozentuale Einteilungen, je nachdem, wie lange sie dein Video angesehen haben. Also machst du zum Beispiel ein Zehn-Minuten-Video und ab Minute sieben machst du eine, ich will mal sagen, eine Lockerungsübung oder zeigst denen einen Hack, wie sie in ihrem Online-Business XY erreichen. Und dann siehst du, dass die Hälfte der Leute nur bis Minute fünf geguckt haben. Die haben also eigentlich den besonderen Tipp in Minute sieben gar nicht gesehen. Dann könnte man denen ein Ad schicken und sagen, in Minute sieben des Replays erlebst du Folgendes, weil du ja sicher weißt, dass die es noch nicht gesehen haben. Also so kannst du da wirklich über das Retargeting auch in gewisser Weise segmentieren. Und das kommt einfach darauf an, was hast denn du für ein Konzept? Also wo willst du hin? Was ist die Call-to-Action? Was ist der Content? Ist es How-to? Ist es motivational? Da gibt es ja unterschiedlichste Aufbereitungsarten. Es gibt ja die unterschiedlichsten Blog-Posts. Es gibt genauso, Listen-Blog-Posts haben ihre Berechtigung, genauso wie einfach nur Blog-Posts, wo man einfach mal sich echauffiert über ein Thema. Sei es jetzt Umwelt oder Donald Trump. Das hat ja alles im Blog-Post seine Berechtigung, also auch im Live-Video. Wichtig ist meiner Meinung nach, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, dass du am Anfang wirklich auf den Punkt gehst, deinen Hook, deinen Markenzeichen, dein Branding repräsentierst, damit die Replay-Zuschauer nicht sagen, boah, ich gucke doch jetzt nicht dem Markus zwei Minuten beim Atmen zu. Das macht ja keiner, der dich nicht kennt. Der denkt ja, wo bin ich denn hier? Wo bin ich jetzt gelandet? Was würdest du denn? Kann man Live-Videos auch targeten? Peter, sprich du. Nee, nee, sprich du. Ich hätte dich jetzt sonst gefragt, was dein erstes Live-Video wäre, wenn du jetzt eins machen müsstest. Deshalb kam jetzt meine Frage, ob man das targeten kann, weil ich habe zum Beispiel eine ziemlich geile Podcast-Folge aufgenommen, jetzt vor ein paar Tagen, und die wollte ich dann nochmal sharen, habe einen kurzen Newsletter dazu geschrieben. Und jetzt war meine Idee, das vielleicht einfach mal als Test in einem Facebook-Live-Video zu pitchen und vielleicht noch zusätzlichen Content, hilfreichen Content damit reinzupacken. Und wir müssen ja immer überlegen, dass wir zum einen die deutschsprachige Audience haben und auch die englischsprachige Audience. Und deshalb wäre meine Frage gewesen, ob man das auch targeten kann auf bestimmte Sprachen. Soweit ich weiß, ist das im Moment nicht möglich. Aber ich glaube, ihr habt doch auch eine englischsprachige und eine deutschsprachige Fanpage, oder nicht? Ja. Fangen wir jetzt gerade erst an. Also die haben wir so vor einer Woche, glaube ich, erstellt. Und jetzt holen wir gerade so langsam den Content rüber, weil wir auch gemerkt haben, das ist wirklich hinderlich und das macht viel mehr Sinn. Und gerade auch für den Florian, der bei uns die Facebook-Ads macht, ist es echt eine Erleichterung, dann nicht immer nach Sprache targeten zu müssen, sondern ganz einfach per Seite bespielen zu können. Eine Strategie wäre, an die ich gerade gedacht habe, als du mir die Frage gestellt hast, wäre, wenn du eine Podcast-Episode hast, ein Interview wie dieses jetzt zum Beispiel. Das veröffentlichst du irgendwann auf deiner Webseite und 14 Tage später nimmst du dir drei Bullets aus diesem Gespräch und gehst mit diesen drei Bullets live und sagst, hey, ich habe den Christian im Gespräch gehabt, meine drei großen Learnings, meine drei großen Takeaways waren A, B, C. das ganze Gespräch findest du auf livehacks.co slash 140. Sodass du im Grunde einen Teaser, aber keinen einfachen Klick jetzt hier dann, sondern wirklich schon mal ein bisschen was an Content rausholst, dass die Leute auch was davon haben, wenn sie nicht das ganze Gespräch hören. Aber diejenigen, die sagen, hey, das, was wir beide jetzt hier bekakelt haben, ist interessant, die klicken dann und kommen auf die Audio-Episode. Du hast einen schönen Nebeneffekt, du hast nicht nur deine Audience im Video, die das Video 30, 50, 100 Prozent lang gesehen haben, die also mit deinem Content, mit deinem Thema ja wirklich sehr engagiert dabei sind, sondern du hast auch parallel als Nebeneffekt einfach mehr Zuhörer im Podcast und steigerst damit deine Rankings. Das wäre aus meiner Sicht eine gute erste Idee, weil du den Content ja sowieso schon produzierst fürs Audio, dass du dir einfach einen Teaser mit drei Bullets machst und 14 Tage später, großer Vorteil wäre dann auch, dass Leute wie ich dann dieses Video wieder in ihrer Timeline, wenn wir das abstimmen, sharen würden. Wenn ich also wüsste, wann, würde ich es vielleicht auf meiner Page sharen, weil es geht ja um unser Gespräch. Und so erreichst du dann eben auch wieder mein Facebook-Publikum mit dem Content, den wir jetzt gerade hier in dieser Lebenssekunde produzieren. Also so hättest du dann auch wieder ein geschlossenes Thema. Das wäre eine einfache Idee. Unspannend. Ja, wäre für dich sehr leicht gemacht. Wir beide sprechen jetzt schon 40 Minuten. Ja, das stimmt. Du hast hoffentlich ein bisschen was mitgenommen und wenn du das als Teaser raushaust bei Facebook Live, erreichst du mein Publikum und dein Publikum bei Facebook ohne große Mehrarbeit. Kannst du in den Facebook Live dann auch Links einbauen oder Slides? Ja. Oder muss ich dann so ein Pappschild hochhalten, www.lifehacks.de und dann Slash mit der Folge. Naja, du kannst natürlich Software benutzen, also OBS-Software, wo du dann praktisch, du könntest von einem Greenscreen sitzen und dann im Hintergrund eine PowerPoint-Folie reinschneiden, wo dann ein Link ist zu dieser Episode. Du kannst aber theoretisch auch in den Post dann den Link setzen. Spätestens zum Replay hin kannst du den Link ja dann setzen. Oder was heutzutage auch on Vogue ist, ist dann den Link in den ersten Kommentar zu setzen. Warum in den ersten Kommentaren? Warum nicht in die Description? Das kannst du auch in die Description machen. Ich glaube, der Grund ist, dass der erste, der meisten, der wichtigste, wesentlichste Kommentar bekommt in der ganzen Kommentarspalte die höchste Sichtbarkeit. Also ich denke jetzt zum Beispiel an die Fanpage der Tagesschau, die dann immer, also die den Livestream im Post haben und nicht ablenken wollen von dem View oder dem Klick auf den eigentlichen Beitrag. Und dann machen sie zusätzlich nochmal im ersten Kommentar den Originalbericht, findet ihr hier, Doppelpunkt, http-tagesschau.de slash 2017 schlag mich tot. Dass sie praktisch die alte Marketerregel befolgen und sagen, dass sie die Leute vom eigentlichen Content nicht weglocken wollen im ersten Moment. Im zweiten Schritt sagen, hier geht's weiter. Du würdest ja auch keine E-Mail schreiben mit drei unterschiedlichen Call-to-Actions. Das lenkt einfach nur ab. Ja, absolut. Hast du recht. Cool. Das sind ja echt ganz schön viele Takeaways. Vielen Dank dafür. Gerne. Es musste jetzt erstmal alles bei mir ankommen. Ja, ich höre es schon. Ich höre mir die Folge nochmal an. Als Podcaster, also als Unternehmer-FM-Podcaster bin ich immer versucht, jetzt irgendwie selber eine Frage zu stellen. Aber es ist ja deine Show, dein Publikum. Und du weißt ja, was dein Publikum am meisten braucht. Ja. Du kannst mich auch gerne was fragen, wenn dir irgendwas auf dem Herzen liegt. Ja, das würde ich im Nachgang tun, weil das würde sich jetzt um meinen Podcast drehen. Und ich würde dich natürlich gerne auch bei Gelegenheit in meinem Podcast als Gast begrüßen. Würde ich mich freuen. Dann hatten wir ja schon mal abgesprochen. Und ich finde es zum Beispiel auch sehr cool, weil wir arbeiten ja im Hintergrund gerade an einer Challenge, bei denen wir Menschen helfen, aus ihrem Wissen einen eigenen Online-Kurs zu machen. Da fände ich zum Beispiel ziemlich cool, wenn ich das irgendwann mal der DNX-Community irgendwie im Rahmen eines Vortrags oder so vorstellen könnte. Weil ich glaube, dass es gerade für Leute, die ortsunabhängig arbeiten, eine coole Sache ist, nicht nur eine Dienstleistung zu erbringen, sondern zumindest mal ein Teil ihres Einkommens über ein digitales Produkt wie einen Online-Kurs zu erzielen. Das fände ich sehr cool. Also ich pitche mich jetzt gerade als Speaker für die nächste Veranstaltung in Berlin, wenn du so willst. Ich muss das auch... Ja, sehr cool. Ich hoffe, man hört das auch mit dem Zwinkel. Ich hoffe, man hört das auch mit dem Zwinkel. Nee, nee, jetzt ist aber auf jeden Fall angekommen. Wir brauchen ja immer Fresh Blood und talentierte Leute bei uns auf der Stage. Ah, danke, dass das... Ich habe mich gerade umgeschirrt, aber du meinst mich das lieb von dir. Wo können Leute mehr über dich erfahren, wenn die sagen, das war jetzt richtig hilfreich und ich möchte gerne mal dem Christian eine Mail schreiben, ihm danken oder habe noch 10.000 Fragen und möchte mal gucken, was er sonst noch alles so macht oder vielleicht sogar dein Free-Buy-Upgreifen. Wenn man einen Free-Buy-Upgreifen will. Ich habe einen Gratiskurs erstellt zum Kernelement des Verkaufens übers Internet, einem Sales-Funnel. Ich nenne das Kundenfließband, weil ich das Bild schöner finde. Das kann man unter www.onlinemarketingstart.com kostenlos anfordern. Und wer mir schreiben will, sehr gerne. Die Möglichkeit dazu gibt es auf christiangurski.com slash Kontakt. Das ist ein klassisches Kontaktformular. Geht nicht an meinen VA für die E-Mails, sondern geht direkt auf mein Handy, sodass das immer die beste Möglichkeit ist, mich direkt zu erreichen. Sehr cool. Ja, vielen Dank, mein Lieber, für deine Zeit und alles andere. Bequatschen wir dann gleich nochmal. Auch nicht drauf. Mal grüße. Viele Grüße. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Alles Gute deinen Zuhörern für ihre Existenz als digitale Nomaden. Ich glaube, damit haben sie sich richtig was als Entscheidung vorgenommen, was in den nächsten Jahren sich noch mehr auszeichnen wird und auszahlen dürfte. Denn ich glaube, mehr Geld ist nicht so das Thema, sondern mein Antrieb ist ja auch mehr Zeit, mehr Geld, mehr Energie fürs Privatleben. Und da, glaube ich, sind deine Leute auf dem richtigen Weg. Absolut. Also Zeit ist auf jeden Fall die neue Währung. Das stimmt, ja. Sehr gerne. Yes, yes, yo, Leute, that's it. Bevor du gehst, noch drei Sachen. Erstens, geh jetzt auf www.podcastbewertung.de und gib mir eine Bewertung und Rezension für diesen Podcast. Zweitens, geh jetzt auf www.dnxcommunity.de und connecte dich mit tausenden von anderen Lifehackern und angehenden digitalen Nomaden. Und drittens, geh jetzt auf www.dnx-berlin.de slash news und trag dich in den kostenlosen Newsletter ein. Dort bekommst du meine sieben Erfolgsgeheimnisse und einen 50-Euro-Gutschein für die nächste DNX in Berlin. Alle Infos zur DNX und das Programm findest du auf www.dnx-berlin.de Peace and out. Peace and out.